Im Rahmen der Binomialverteilung werden wir uns hier ein paar interessante Beispielaufgaben anschauen, wo man mit Hilfe des Taschenrechners N, P oder K bestimmen muss. Bevor wir gleich zu den Beispielaufgaben gehen, gibt es zuerst noch eine kleine Übersicht über den Sachverhalt bei dieser Art von Aufgaben. Vereinfacht gesehen kann man sagen, dass es vier Größen gibt, die eine Binomialverteilung ausmachen. N, die Anzahl der Versuche oder offiziell Stichprobenumfang genannt. P, die sogenannte Trefferwahrscheinlichkeit. K, die Anzahl der Treffer. Und P, die sogenannte Gesamtwahrscheinlichkeit. Bei dieser Art von Aufgaben geht es darum, dass man entweder N, P oder K bestimmt. Und wenn einer dieser Größen gesucht ist, müssen natürlich die anderen drei in der Aufgabenstellung gegeben sein. Und hier ist unsere erste Beispielaufgabe. Ich werde jetzt kurz die Aufgabenstellung überfliegen. Ein Betrieb produziert Mikrochips, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 8% fehlerhaft sind. Wie viele Chips müssen mindestens hergestellt werden, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% mehr als 750 fehlerfreie Chips darunter sind. Mir ist ja klar, dass das zu schnell ging. Deshalb möchte ich euch bitten, an dieser Stelle auf Pause zu drücken und in aller Ruhe die Aufgabenstellung zu lesen. Wie bereits erwähnt, interessieren wir uns eigentlich für diese vier Größen. Beziehungsweise für das, was gesucht und das, was gegeben ist. Und das müssen wir aus der Aufgabenstellung natürlich rauslesen. In welcher Reihenfolge ihr diese Größen aus der Aufgabenstellung rausliest, das spielt keine Rolle. Ich werde versuchen, mich jetzt an dieser Reihenfolge zu halten, die ich hier selbst vorgeschlagen habe. Also, bei Überfliegen der Aufgabenstellung sollte euch aufgefallen sein, dass die Anzahl der Chips gesucht ist, die hergestellt werden müssen. Das ist natürlich unser Stichprobenumfang, n. Und damit haben wir auch festgelegt, welche Größe gesucht ist. Als nächstes die Trefferwahrscheinlichkeit. Naja, oben der Aufgabenstellung wird uns verraten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Chips fehlerhaft sind, bei 8% liegt. Allerdings in der Fragestellung geht es um fehlerfreie Chips. Das bedeutet, es wäre ideal, wenn wir für die Trefferwahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit für die fehlerfreie Chips nehmen. Und die ist natürlich das Gegenereignis von den 8%. Also, kurz gesagt, 100% minus 8% sind 92% oder das Dezimalzahl 0,92. Als nächstes wollen wir die Anzahl der Treffer rausfinden. Und die finden wir auch hier an dieser Stelle. Es sollen mehr als 750 fehlerfreie Chips sein. Das bedeutet, K muss größer sein als 750. Und das Einzige, was uns noch fehlt, ist natürlich die Gesamtwahrscheinlichkeit. Die soll mindestens 95% betragen. Also, B ist größer gleich oder mindestens 95%. Bevor wir mit der Lösung der Aufgabe anfangen, sollen wir noch eine Kleinigkeit erledigen, die wir ausgelassen haben. Und zwar die Deklaration der Zufallsgröße x. Es kann wie folgt aussehen. x ist binomial verteilt mit n gleich Fragezeichen und p gleich 0,92. Und natürlich ist x die Anzahl fehlerfreier Chips. Diese Deklaration der Zufallsvariablen sollte man nicht auslassen, sonst gibt es ein bisschen Abzug bei der Korrektur. Und jetzt geht es los mit der Lösung. In erster Reihe brauchen wir natürlich einen Lösungsansatz. Und den kann man, wenn man die Größen rausgelesen hat, sehr einfach bilden. Und zwar immer auf die gleiche Weise. Auf diese Weise genauer gesagt. Man nimmt einfach k als Zufallsgröße x und tut es hier beim Groß-P in eine Klammer rein. Und damit ist die Sache erledigt. Das würde für uns bedeuten, wir haben dann p von x größer 750. Soll anhand der Aufgabenstellung mindestens 0,95 sein. Okay, das ist unser Lösungsansatz. Und ab hier müsst ihr aufpassen, ob der Taschenrechner sowas bewältigen kann oder nicht. In diesem Fall leider nicht. Das bedeutet, wir müssen noch ein bisschen umformen, bis wir das Ganze dann in den Taschenrechner eintippen können. Die passende Umformung lautet hier 1 minus p von x kleiner gleich 750. Muss größer gleich 0,95 sein. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass die Umformung nachvollziehbar ist. Wenn ihr noch Probleme mit dieser Umformung habt, am Ende im Abspann, findet ihr auch dafür passende Tutorials. Deshalb gehen wir hier an dieser Stelle weiter. Das bedeutet, ich forme noch ein bisschen um. Ich bringe die 1 rüber. Dann habe ich minus p von x kleiner gleich 750. ist größer gleich minus 0,05. Und natürlich muss das Minuszeichen auch noch weg. Deshalb mal oder geteilt durch minus 1. Und am Ende steht da p von x kleiner gleich 750. Jetzt ein bisschen aufpassen bitte. Ihr multipliziert eine Ungleichung in eine negative Zahl. Deshalb dreht sich dieser Ungleichzeichen um. Wird zu kleiner gleich. Und auf der rechten Seite steht dann 0,05. Ab hier zählt nur noch der Umgang mit dem Taschenrechner. Zur Erinnerung, es gibt zwei übliche Marken bei dem wissenschaftlichen Taschenrechner. Einmal Texas und einmal Casio. Und die üblichen Befehle bezüglich der Binomialverteilung sind bei Texas Binomial-CDF bzw. Binomial-PDF oder CD und PD. Und bei den neueren Casio-Taschenrechner heißen die Befehle kumulierte Binomialverteilung und Binomial-Dichte. Was wir hier an dieser Stelle brauchen, wegen unserer Ansatz bzw. Umformung am Ende, ist natürlich Binomial-CDF bzw. die kumulierte Binomialverteilung. Und dafür können wir einfach mal so eine Art Versuchsreihe oder eine Versuchstabelle bilden. Also wir suchen N. Das kann man auch so gestalten. Und hier auf der rechten Seite steht ja praktisch unsere letzte Umformung, die auch für die Suche zählt. Sieht dann so aus. Und jetzt muss man natürlich mit Hilfe dieser Befehle im Taschenrechner einfach ein bisschen rumprobieren, bis man auf die richtigen Zahlen kommt. Das habe ich auch gemacht und ich wurde fundig und zwar hier. Bei 829 habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 0,062 gehabt. Also ihr merkt, mit dieser Wahrscheinlichkeit sind wir noch ein bisschen über dieser 5% oder 0,05 hier. Und bei 830 lag die Wahrscheinlichkeit bei 0,049. Das ist die erste Zahl, wo die Wahrscheinlichkeit unter 5% liegt. Und das ist das von uns gesuchte Zahl. Also mit diesem Ergebnis können wir dann auch einen passenden Ansatz formulieren. Das könnte wie folgt lauten. Es müssen mindestens 830 Chips produziert werden, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% mehr als 750 fehlerfrei sind. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Ich überfliege wieder kurz. Ein Medikament wirkt erfahrungsgemäß bei 50% aller Patienten. Das Medikament wird dann 15 Patienten verabreicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Medikament bei allen 15 Patienten wirkt, soll mindestens 70% betragen. Wie hoch müsste dazu seine Wirkungswahrscheinlichkeit mindestens sein? Okay, auch hier wieder auf Pause drücken und in Ruhe die Aufgabenstellung lesen. Wie bereits erwähnt, interessieren wir uns für diese 4 Größen. Aus der Aufgabenstellung solltet ihr herausfinden, dass das Ganze an 15 Patienten verabreicht wird. Und das ist natürlich unser Stichprobenumfang oder M. Die Trefferwahrscheinlichkeit, naja, die ist ja eigentlich gesucht. Das da oben der 50% ist nur ein bisschen verwirrend, aber wir suchen eigentlich unsere Wirkungswahrscheinlichkeit. Und damit ist die Trefferwahrscheinlichkeit gemeint. Also P gleich Fragezeichen. Dann die Anzahl der Treffer finden wir hier an dieser Stelle. Das Medikament soll bei allen 15 Patienten wirken. Also K ist gleich 15 und die sogenannte Gesamtwahrscheinlichkeit soll mindestens 70% sein. Also Groß B ist größer gleich 0,7. An dieser Stelle sollten wir natürlich wieder die Zufallsgröße definieren. Kann beispielsweise so lauten. Denn X ist binomial verteilt mit N gleich 15 und klein P gleich Fragezeichen. Und X ist natürlich die Anzahl der Patienten, bei denen das Medikament wirkt. Als nächstes bilden wir natürlich unser Lösungsansatz. Und der wird genauso gebildet wie bei der ersten Beispielaufgabe. Das bedeutet, ich setze das K als Zufallsvariable X hier bei Groß P in eine Klammer. Entsprechend wird das Ganze dann so aussehen. P von X gleich 15 soll mindestens 0,70 sein. Und jetzt kommt die gute Nachricht. An dieser Stelle müssen wir gar nicht mehr umformen. Weil diese Gleichzeichen kennt ja jeder Taschenrechner. Zur Erinnerung. Von den zwei Befehlen, die uns jeweils zur Verfügung standen, ist das das Hintere. Das ist entweder dieser Binomial PD oder PDF bzw. Binomial Dichte. Und deshalb können wir gleich loslegen und das Ganze auswerten. Also, wir bilden wieder diese Tabelle hier. Wir schreiben hier klein P, das was gesucht ist. Dann unser Ansatz P von X gleich 15. Soll mindestens 0,7 sein. Und dann heißt es wieder ein bisschen probieren in den Taschenrechnern. Das habe ich auch gemacht. Gefunden habe ich was bei 0,97. Da war die Wahrscheinlichkeit 0,633. Also leider noch unter dieser 70%. Und bei 0,98 lag die Wahrscheinlichkeit bei 0,739. Das ist schon über diesem Wert. Also, es müsste ja auch mindestens 70% sein. Das bedeutet, das hier ist unsere Trefferwahrscheinlichkeit. Und damit können wir natürlich auch wieder einen Antwortsatz formulieren. Könnte wie folgt lauten. Damit die Wahrscheinlichkeit, dass das Medikament bei allen 15 Patienten wirkt, mindestens 90% beträgt, muss die Wirkungswahrscheinlichkeit mindestens 98% sein. Und hier ist die letzte Beispielaufgabe. Und ihr an wahrscheinlich schon, um welche Größe es hier geht. Also, ich überfliege wieder kurz. Ein Multiple-Choice-Test besteht aus 12 Fragen mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten, von denen jeweils genau eine richtig ist. Wie viele richtige Antworten müssen für das Bestehen des Tests mindestens verlangt werden, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass man durch zufälliges Raten besteht, kleiner als 10% sein soll. Also auch an dieser Stelle bitte auf Pause drücken und in Ruhe die Aufgabenstellen durchlesen. Wir interessieren uns natürlich wieder für diese 4 Größen. Und beim Überfliegen der Aufgabenstellung sollte euch aufgefallen sein, dass es genau 12 Fragen sind. Das bedeutet, das ist unser N. Die Trefferwahrscheinlichkeit kann man hier an dieser Stelle erkennen. Also es sind 4 Antwortmöglichkeiten, von denen jeweils genau eine richtig ist. Also die Wahrscheinlichkeit, die Trefferwahrscheinlichkeit liegt bei 1 Viertel oder als Dezimalzahl 0,25. Dann die Anzahl der Treffer ist natürlich, wie schon geahnt, gesucht. Und das kann man an dieser Stelle hier erkennen, wie viele richtige Antworten müssen für das Bestehen des Tests mindestens verlangt werden. Also K sozusagen Fragezeichen. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit soll dann kleiner als 10% sein. Also Groß B ist kleiner als 0,10. Als nächstes definieren wir wieder die Zufallsgröße x. In diesem Fall ist x binomial verteilt mit n gleich 12 und p gleich 0,25. Wobei x die Anzahl der richtigen Antworten ist. Und jetzt brauchen wir natürlich einen Lösungsansatz. Und den bilden wir genauso wie bei den 2 Aufgaben davor, nur dass jetzt K unbekannt ist. Also das heißt, hier wieder bei Groß P einsetzen. Entsprechend haben wir dann praktisch P von x größer gleich K. Ich lasse jetzt die unbekannte als K da. Soll kleiner sein als 0,1. Dieser Ansatz muss leider umgeformt werden. Und zwar über das Gegenereignis geht es am schnellsten. Wir haben 1 minus P von x kleiner gleich K minus 1. Wenn ihr das Gegeneignis bildet, dann müsst ihr hier hinten 1 abziehen. Deshalb K minus 1 ist kleiner als 0,1. Und jetzt natürlich wieder ein bisschen umformen. Wir könnten die 1 rüberbringen mit minus 1. Dann haben wir minus P von x kleiner gleich K minus 1. Ist dann kleiner als minus 0,9. Und das Ganze nochmal mal minus 1 oder geteilt durch minus 1. Und damit haben wir P von x kleiner gleich K minus 1. Ist diesmal größer als 0,9. Also das Ungleichzeichen hat sich wieder gedreht. Zur Erinnerung. Das waren die zwei Befehle in Taschenrechnern, die wir gebraucht haben. Wir brauchen jetzt natürlich hier Binomial-CDF bzw. kumulierte Binomialverteilung. Und in diesem Fall gibt es ein Untermenü Liste, den man benutzen kann für die Suche nach K. Und das habe ich auch gemacht. Wir tragen hier nochmal kurz ein. Aufpassen, ihr kriegt jetzt nicht direkt K raus, sondern ihr kriegt erstmal K minus 1 mit Hilfe des Taschenrechners. Ansatz übernehme ich hier an dieser Stelle. K minus 1 soll größer als 0,9 sein. Und ich habe was gefunden. Einmal bei 4 hatte ich eine Wahrscheinlichkeit von 0,842. Also die Wahrscheinlichkeit lag noch unter 90%. Das, was wir haben wollen. Und entsprechend war dann bei 5 die Wahrscheinlichkeit 0,946. Und das ist die erste Trefferzahl, wo es rüber geht. Aber vergiss nicht, ihr habt nicht K, sondern ihr habt K minus 1 im Moment. Das bedeutet, eine kleine Umformung ist noch notwendig. Also K minus 1 ist 5, bringen die 1 rüber und somit haben wir auch die genaue Trefferzahl. Die liegt dann bei 6. Und damit können wir natürlich wieder einen Antwortsatz formulieren. Könnte wie folgt lauten. Es müssen mindestens 6 richtige Antworten verlangt werden, damit die Wahrscheinlichkeit für das Bestehen des Tests kleiner als 10% ist. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Das waren jetzt hier weiterführende Aufgaben für die Binomialverteilung. Allerdings ist es natürlich auch wichtig, dass ihr die Binomialverteilung mit und ohne Taschenrechnergrundlägen beherrscht. Das gleiche gilt selbstverständlich auch für die Normalverteilung. Tutorials zu dieser Themen sowie weitere Beispielaufgaben zum Problemlösen mit der Binomialverteilung findet ihr auch gleich am Ende im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Das war's. Das war's.